Unter Wasser kann dir nichts passieren. Du benötigst eine Regentonne, einen Teich, einen See, das Meer. Bei einer zu hohen Indizienz, Inzidienz, Infizienz soll man sofort in das nächstgelegene Wasser springen und untertauchen. Leuchtet bei deinem Display die 165 rot auf, springst du ohne zu überlegen ins Wasser, hältst die Luft an und wartest, bis der Lockdown zu Ende ist. Wenn dir die Wartezeit im Wasser zu lang wird, verwandelst du dich in einen Fisch, deiner Wagen. Ein Leben als Goldfisch, Delfin oder Forelle ermöglicht dir eine sympathische Art des Untertaubens. Du überstehst eine schwierige Phase der Menschheitsgeschichte, bewegst deine Schwimmflusten, taugst ab und entdeckst die faszinierende Unterwasserwelt. Muscheln, Korallen, Kraken und Siebpferdchen, Wasserschildkröten und Meerjungfrauen. Wer sich nicht in einen Fisch verwandeln kann, hat jetzt ein Problem. In der eigenen Regentonne sind die Meerjungfrauen eher selten, aber wer weiß, du musst daran glauben, damit das Wunder geschieht. Gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020